Jetzt einfach nur durchs Traden, dann müsste daraus Summe Y werden, aber es wurde nicht Summe Y daraus, es wurde auf einmal Summe Z daraus, auch nochmal um 100% vermehrt hat. Auf einmal hatten wir eine viel, viel größere Summe da drauf, wo ich da war und ich war so, wow. Ich habe ja den VIP-Service bei euch gebucht, also du sollst einfach BTC akkumulieren, das Ding wird irgendwann 100, 200, 300, 1000 Euro wert. Ich habe jetzt irgendwie ein paar hundert Euro in Litecoin gesteckt, einfach so richtig random, hätte keine Ahnung und dann ist er so hoch compounded. Dann hatte ich ein paar tausend Euro, habe das Geld rausgenommen. Wie kann ich in 10 Sekunden jetzt mit einem Hebel von 100 aus 10.000 100.000 Euro machen, weißt du so? Also mit dieser Enttäuschung, aber auch mit dieser Euphorie, wenn es dann aufgeht umzugehen, das ist der krasseste Thrill, den du einfach durchleben kannst. Bei 10% jeden Monat auf 10 Jahre werden irgendwie über 10 Millionen Euro daraus. Jedes Jahr, man, dass du nicht investierst, man ist ein verlorenes Jahr, du musst investieren. Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich einen Special Gast bei mir, jetzt einmal hier und das ist der gute Nick Geringer. Und ja, wir möchten ihn heute mal ein bisschen interviewen, mal ein bisschen so auch rauslocken. Was macht der Nick überhaupt genau? Ja, wie lange ist so die Zusammenarbeit auch schon mit uns gemeinsam? Und ja, das haben wir gemeinsam schon für Ziele auch einmal erreicht. Nick, hi und herzlich willkommen, dass du jetzt halt mit da bist auf jeden Fall. Ich merke schon, du bist auf jeden Fall nicht angespannt. Nee, ganz entspannt. Du machst das tagtäglich, ne? Mal so, mal so, ja. Du bist tagtäglich vor der Kamera, oder fast tagtäglich vor der Kamera. Du machst ja auch einiges im Social-Media-Bereich. Und vielleicht magst du dich mal kurz einfach auch nochmal selber so vorstellen, was machst du so grundsätzlich? So, was ist so dein Business Case? Und dann würde ich sagen, fangen wir dann auch langsam an. Ja, seit zehn Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Geldverdienen im Internet. Social Media Money Making Activities. Angefangen habe ich als selbstständiger Vertriebler. Dann zügig mit Social Media Beratung und Dienstleistungen angefangen. Also Lead-Generierung für Firmen. Wie komme ich an so viele Kontakte wie möglich? Und daraus ist so dann meine, sagen wir mal, meine Marke WeBuild Brands entstanden. Und darüber immer Agenturgeschäft abgewickelt. Also Firmen dabei geholfen, Leads zu generieren. Mit E-Commerce hatte ich nie was am Hut. Und dann ist daraus eine Ausbildung entstanden. Die WBB-Agent-Ausbildung. Also wo wir Leuten zeigen, wie sie ihre eigene Agentur starten. Und da sind wir eigentlich jetzt der Nummer eins Anbieter. Wir sind am längsten dabei. Machen es am konstantesten von allen. Haben wahrscheinlich die größte Teilnehmeranzahl. Die coolsten Events. Kann man nach so einer Zeit mittlerweile mal sagen. Es gab viele, die gekommen sind. Die meisten sind aber nach kurzer Zeit wieder gegangen. Also muss man nicht viel machen, außer dabei bleiben. Und das macht Spaß, macht Laune. Damit beschäftige ich mich. Okay, also sehr cool. Also letztendlich, ja, also Konkurrenz. Also deine Konkurrenz ist ein bisschen, sag ich mal, ausgestorben. Weil du einfach die ganze Zeit mit am Markt geblieben bist. Und einfach durchgezogen hast letztendlich. Ja, ich glaube nicht, dass sie wegen mir ausgestorben sind. Kann auch sein. Dass sie sich alle selbst irgendwie aus irgendwelchen Gründen in andere Sphären bewegt oder sonstiges. Aber die Consistency ist schon bemerkenswert. Ich habe das, ich glaube, in meinem Videografen gesagt, als wir Videos angeguckt haben, die wir 2023 gemacht haben. Wir haben gesagt, das ist so krass. Was für einen Uplift wir in einem Jahr, also im Vergleich zu 2022 gemacht haben. Man muss natürlich auch sagen, Corona ist vergangen. Man konnte mehr Veranstaltungen machen. Man konnte mehr generell wieder präsent draußen sein. Weil ich ihm, ich habe so fast schon eine Träne ist gekurlt, weil ich gesagt habe, vor vier Jahren, also vor Corona, habe ich mir genau so ein Material vorgestellt. Diese Veranstaltungen, diese Reisen, dieser Lifestyle und alles drumherum. Dass wir das so festhalten und nach außen transportieren können. Ja, und jetzt haben wir das alles. Und das einfach, weil wir konstant weitergemacht haben. Das baut aufeinander auf. Dann merkst du, wie das immer einfacher wird. Wie im Trading fast schon. Ein bisschen der Zinseszinseffekt. Das ist auf jeden Fall auch gut. Ich merke das selber auch immer häufiger, wenn uns die Menschen halt auch einfach sagen, so hey, also ich verfolge das schon seit ein, zwei, drei Jahren. Und ihr seid immer noch da. Ihr seid nicht irgendwie, ja, irgendwo anders hin ausgewandert oder so. Ihr seid noch greifbar. Man sieht ja auch so eine Entwicklung einfach. Und dann ist es halt eigentlich sehr, sehr cool, wenn sich dann gerade so Money-Making-Opportunity, also Menschen kommen ja auch zu dir, um dieses Social-Media-Game auch zu lernen. Das ist halt auch geil, weil das Social-Media-Leben entwickelt sich ja immer weiter und immer weiter. Und deswegen ist das sehr, sehr cool. Deswegen freue ich mich, dass du da bist auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Dass du auch überhaupt am Markt bist und Menschen halt auch zeigst, wie sie halt auch natürlich mehr aus ihrem Leben halt auch machen. Ein eigenes Business letztendlich halt auch aufbauen. Da sind wir ja sehr ähnlich auf jeden Fall. Okay, aber wie ist es zustande gekommen, dass du am Ende gesagt hast, okay, du hast ein cooles Business, hilfst Menschen dabei, wie sie erfolgreich halt auch überhaupt in den Märkten halt auch arbeiten können, also sich ein eigenes Business aufbauen können. Warum die Zusammenarbeit dann so nochmal mit uns? Also warum hast du dich nochmal so mit Investments und Co. auch befasst? Ja, es ist von Anfang an ein Thema gewesen, als ich mich selbstständig gemacht habe, mich mit Forex Trading beschäftigt habe, Kryptowährungen. Das war damals so in dem Game als selbstständiger Vertriebler gab es da viele Weiterbildungs- oder Investmentprodukte, die man verkaufen konnte. Damals war ich aber einfach zu broke, also das Geld hat gefehlt, um wirklich gute Profits zu machen und ich kann mich noch erinnern, ich habe Ende 2017, habe ich irgendwie Litecoin gekauft, da war der bei 30 Euro oder so und ich rede immer in Euro, ne? Und er ist dann auf 120 Euro hoch in zwei Wochen und ich habe damit dann einen Teil von meinen Schulden, die ich bei einem Kumpel hatte, weil er mir mal Geld geliehen hat, bezahlt und dachte so, lol, wie geil ist das? Ich habe jetzt irgendwie ein paar hundert Euro in Litecoin gesteckt, einfach so richtig random, ich hatte keine Ahnung und dann ist er so hoch compounded. Dann hatte ich ein paar tausend Euro, habe das Geld rausgenommen, habe meine Schulden damit bezahlt und dann dachte ich schon, ah, der Zug ist abgefahren wieder. Und getradet habe ich damals auch, nur mehr schlecht als recht. Ich habe, mir hat einfach die Zeit gefehlt, mich damit intensiv genug zu beschäftigen, habe immer wieder in automatisierte Tools investiert, die mich leider enttäuscht haben und als wir beide wieder zusammengekommen sind über den Chris und ihr gesagt habt, ja, das ist alles so einfach und das ist so cool und so und schau mal, wie simpel, da habe ich gedacht, ja, eigentlich ist jetzt genug Zeit vergangen, ich habe ein bisschen was zur Seite gelegt. Ich sollte auch permanent weiter investieren, es sollte nicht rumliegen bleiben, Inflation gibt wieder richtig Gas und das war so die Idee dahinter, ja, zu sagen, okay, komm, probiere ich mich mal aus. Also wenn ich jetzt, wann dann, ne? Und Zinseszinseffekt, ich wusste noch, wie ich früher immer mir selber vorgerechnet habe, wenn du tausend Euro investierst, bei zehn Prozent jeden Monat auf zehn Jahre werden irgendwie über zehn Millionen Euro da raus. Und ich war so, jedes Jahr, Mann, dass du nicht investierst, man ist ein verlorenes Jahr, du musst investieren. Wie war das Ganze denn zu Beginn des Mentorings für dich persönlich gesehen? Sind wir da immer persönlich auf deine Fragen auch immer eingegangen? Hast du immer gute Antworten bekommen? Wie war so da der Talk so? Ja, war eigentlich zügig. Wir haben miteinander eine Gruppe aufgemacht und ich habe echt, ja, ich habe es genutzt. Ich habe echt dämliche Fragen gestellt, die ich mir selber hätte beantworten können. Aber ich habe gedacht, ja, ich habe die Jungs, ja, die geben mir Sicherheit. Ich möchte von denen die Antwort darauf haben. Ich habe manchmal auch Fragen zehnmal gestellt, wahrscheinlich mal die gleiche Frage. Wann soll ich einsteigen? Wann soll ich aussteigen? Wie viel soll ich investieren? Manchmal auch die Frage gestellt, ey, wie kriege ich den Euro in BTC umgetauscht, von BTC in ETH und dann wieder in USDT getauscht und so weiter. Und die Antworten waren eigentlich immer on point, super schnell. Und wenn ich irgendwas gebraucht habe, dann habt ihr mich angerufen und habe gesagt, komm, lass das kurz zusammen machen. Also es gab eigentlich nie eine Hürde. Der VIP-Service war vorhanden. Okay, vielen, vielen Dank für die Blumen auf jeden Fall. Ziemlich cool. Gab es da auch nochmal so einen ausschlaggebenden Punkt für dich persönlich gesehen, warum diese Zusammenarbeit unbedingt auch stattfinden musste oder auch sollte? Was waren so diese Punkte, die Hauptpunkte so für dich? Ja, wir sind, also zu dem Zeitpunkt ist der Bullrun, war so ein bisschen durch. Na, wann ist der Bullrun? Wann sind wir wieder in dem Wernmarkt? Das war doch Mitte 2022. Ja, genau, so ungefähr. Wir hatten ja 2021, durch die Pandemie hatten wir ja so richtig so, richtig volle Pulle nach oben. Die NFTs sind nach oben gegangen, alle haben gekauft wie verrückt und so. Und dann ging es runter und dann wusste ich, geil, warte mal, 2017 den Bullrun habe ich verpasst. Habe gedacht, bei 17.000, 18.000 Euro der BTC, der Zug ist abgefahren, da geht nicht mehr. Und dann auf einmal ging es down in the diem und dann stand ich da und habe gesagt, ha ha, ich habe euch doch allen gesagt, das funktioniert eh nicht. Und so, und es war doch eh klar, dass das nichts wird. Dann auf einmal drei Jahre später, Corona, Pandemie, Bullrun, das Ding geht auf 60.000 Euro hoch. Und ich war so, boah, es kann doch nicht sein, man, ich habe nichts davon mitgenommen. Wie kann ich nur so dämlich sein, zweimal diese Chance zu verpassen? So, und dann noch in so kurzen Perioden, obwohl ich doch an der Quelle sitze, also mit Gott und der Welt an Leuten in meinem Umfeld, die Multi, Multi, Multi Millionäre sind, die mir so ihre Trader-Konten ins Gesicht halten und sagen so, du arbeitest hart, ich mache gar nichts mehr. Ich habe ein, zwei Bullruns mitgenommen, so du Idiot, ne. Und ich so, ah, es kann doch nicht sein, man. Und dann, Bärenmarkt, wir sind wieder alle zusammengekommen. Ihr habt gesagt, das ist alles so einfach, alles ist Scam, aber es geht alles hoch und so. Ihr müsst einfach nur BTC akkumulieren. Dann habe ich gesagt, Jungs, wenn das alles so einfach ist, ich habe das Geld, wir sind in den Bärenmarkt, das wird doch wahrscheinlich wieder hochgehen. Das darf ich nicht verpassen. Jetzt muss ich was machen. Also, die Gier in der Dringlichkeit war drin, weißt du? Oder die Dringlichkeit in der Gier einfach. Also, so ein bisschen FOMO. Ja, ein bisschen da. Du hast auch einfach Bock gehabt, muss man auch einfach sagen. Ja, auch. Du kommst ja ein bisschen aus dem Markt. Also, das war jetzt nicht komplett Neuland für dich, aus diesem Forex-Spektakel, sag ich jetzt mal, durch die Kryptowährung, auch zur Stelle mit Lightcoins, auch geiles Investment letztendlich bei einem Kumpel gemacht. Ja, mal kurz dann, ja, dem auch schnell das Geld wieder zurückzahlen. Ja, das war 2017. Ja, genau. Richtig. Ja, okay. Ja, deswegen hast du es auch miterlebt. Ja, genau. Ja, das ist cool. Wie lange hast du denn gebraucht, nach dem Start des Mentorings wirklich in die Umsetzung auch zu kommen? Also, hast du direkt, also musst du erst mal 100.000 Videos gucken, so erst mal wochenlang ansehen oder wie war das da so? Nee, ich habe ja den VIP-Service bei euch gebucht und der hat beinhaltet, du kriegst alle Videos freigeschalten, du kannst alles selber lernen. Wir helfen dir aber auch, wenn du keine Zeit dazu hast. Und so lief das dann auch. Ich habe gesagt, hey, cool, was soll ich machen? Worauf soll ich mich jetzt fokussieren? Dann wurde mir schnell eine Antwort gegeben. Richte das ein, richte das ein, richte das ein. Da habe ich gesagt, gut, wo soll ich jetzt investieren? Welcher Strategie soll ich folgen? Und dann haben wir uns zusammen in Zoom reingesetzt und haben dann alle Kryptos, die ich auf irgendwelchen Wallets drauf hatte, runtergezogen und haben die dann in die Trading-Strategie gepackt. Weil du gesagt hast, hey, das Geld bringt dir da jetzt nichts, einfach nur rumzuliegen. Lass uns deine BTC aufbauen. Also wir investieren jetzt BTC und lassen, handeln damit in einem Trader, der das automatisch macht. Und dann wirst du, egal wie die Marktlage ist, immer profitieren. Und ich war so, ja, okay, klingt gut. So, hatte natürlich kurz Schiss, weil ich dachte, scheiße, ich habe schon mal in so ein paar Sachen investiert. Klappt das wirklich? Du hast mir da eigentlich gute Sicherheit gegeben. Du hast gesagt, Flo, soll ich das machen? So, ja, auf jeden Fall. Ich habe gesagt, ja, also warum bezahle ich den, um ihm nachher nicht seinen Ratschlägen zu folgen? Das macht keinen Sinn für mich. Also folge ich seinen Ratschlägen. Und es hat sich dann ja auch ausgezahlt. Also ein Jahr später, wir haben ja in zwei Trader investiert. Der eine hat sich als Flop erwiesen, der andere war sensationell. Und, ja, da haben wir mega Ergebnisse erzielt mit. Und jetzt haben wir dann jetzt ein Jahr später eine Korrektur nochmal gemacht. Da haben wir uns auch wieder zusammengesetzt. Da hast du mir geholfen, das Geld wieder in ein paar andere Trader zu verstellen. Und seitdem habe ich eigentlich auch gar nichts mehr gemacht. Also manchmal frage ich wieder wie so ein Blöder, wann soll ich verkaufen? Wann soll ich verkaufen? Dann sagst du wieder das Gleiche. Du sollst einfach BTC akkumulieren. Das Ding wird irgendwann 100, 200, 300.000 Euro wert. Und ansonsten, wenn du Plus gemacht hast, dann kannst du rausholen immer. Aber es liegt in deinem Ermessen. Und dann sitze ich da und sage, ja, nee, der hat schon recht. Ich brauche das Geld nicht. Dann lass ich einfach BTC akkumulieren. Worst case, floppt das halt. Und das war halt alles für die Cuts. Bitcoin geht auf Null. Und im Best Case, ja, cashen wir halt fett aus. Haben wenig investiert, holen viel raus. Okay, auch sehr, sehr geil. Das heißt, wenn man eigentlich eine individuelle Strategie für dich auch letztendlich auch entwickelt. Man muss auch dazu sagen, du bist ja auch selber, du hast ja einen aktiven Cashflow, der ja sehr gut ist, muss man auch dazu sagen. Und deswegen ging es ja auch darum, wirklich BTCs zu akkumulieren. Also eher zu, immer wieder auch konstant zu kaufen, die eher, also sich eher darauf zu fokussieren, die zu vermehren. Warum? Weil wir ja genau auch wissen können, also können, wann der Bitcoin Bullrun hat auch startet, wann er wieder aufhört. Weil wir da natürlich anhand smarten Strategien einfach dann sagen können, also wie wir da halt auch das Maximum rausholen können. Wie war das denn so für dich? Wie lange hat es denn jetzt so konkret gedauert? Ich sage jetzt einfach mal so die ersten fünfstelligen Umsätze, beziehungsweise, ja, dass das dein Vermögen auch weiter vermehrt. Ja. Ja, wie lange hat das jetzt so ungefähr gedauert? Oder sagen wir mal, vielleicht auch in Prozenten, so wie du das halt auch magst. Ja. Also das initiale Investment haben wir also nach gut einem Jahr verdoppelt. Also 100 Prozent gemacht auf das initiale Investment. und dann hatten wir ja jetzt auch recently, hat sich ja generell der BTC-Preis auch nochmal sehr positiv entwickelt, wodurch ich dann erst gecheckt habe, was du mir gesagt hast. Also ich habe das dann ja auf meinem eigenen Konto gesehen. Ich habe dann ja gesehen, ich habe ursprünglich Summe X investiert und diese Summe X, wenn sie sich verdoppelt, jetzt einfach nur durchs Traden, dann müsste daraus Summe Y werden. Aber es wurde nicht Summe Y daraus, es wurde auf einmal Summe Z daraus, weil wir es ja im BTC hatten, der BTC sich zu dem Ursprungswert, wo ich eingekauft habe, auch nochmal um 100 Prozent vermehrt hat. Auf einmal hatten wir eine viel, viel größere Summe da drauf, wo ich da war und ich war so, wow, das sah vor ein paar Monaten, sah das noch viel schlechter aus. So, das ist ja krass. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Gut, ey, ich muss mehr einzahlen. Ich muss jetzt mehr rein in dieses Konto. Also man hat immer mehr Vertrauen dann letztendlich und man möchte dann immer ein bisschen mehr. Ja, man ist so, man wird gierig, man hat Bock. Ich meine, am Ende vom Tag, ich bin noch nicht lang genug dabei, also auf dieser Welt. Insofern, wenn du jetzt irgendwie Warren Buffett oder Charlie Munger oder sowas hörst, die irgendwie jetzt Ü90 sind und die sind daran gewöhnt, mit einer Rendite von 5 bis 7 Prozent im Jahr zu compounden, dann sitzen die da und gucken jeden an wie ein Auto, der sagt, ja, also unter 5 Prozent im Monat mache ich nichts. Aber ich sitze da, bin in einer anderen Zeit geboren, in der das ja normal ist, mit dem Währungshandel, in der das normal ist damit. Dafür aber auch die Crash-Möglichkeiten höher sind, ist ja klar. Man muss auch sehen, zu Zeiten von Warren Buffett oder Charlie Munger, bei denen ist der BIP auf der gesamten Welt ja immer nur gestiegen. Es gab ja nach dem Zweiten Weltkrieg immer nur Wachstum, 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 Wachstum. Also jeder, der da saßt und gesagt hat, ja, du steckst einfach nur in den Account Geld rein, da kommen 3, 4, 5 Prozent bei raus im Jahr. Nach 30 Jahren guckst du rein und du bist reich. Das ist deren Realität, das ist nicht mehr unsere Realität. Also wie häufig ist allein in den letzten 5, 6 Jahren der DAX abgekackt? Wie häufig ist der Dow Jones abgeschmiert? Ja, wie häufig ist BTC hoch und runter gegangen? Das heißt, aus meiner Sicht muss ich mit dem Kapital, was ich habe, schnell viel Rendite machen, Profits rausholen und dann wieder irgendwo schnell viel Rendite machen, Profits rausholen. Dieses, ich akkumuliere mal die nächsten 40 Jahre, keine Ahnung, ob das überhaupt aufgehen wird. Aber dass halt alte Leute einem das sagen, ist klar, weil das ist ja deren Realität. Aber es gab nur Wachstum in der Wirtschaft. Das heißt, nicht so viel Diversifikation, nicht so viele Auflagen und tausend andere Sachen. Aber jetzt, das ist schnell rein, schnell raus, schnell rein, schnell raus, schnell rein, schnell raus. Und das ist so meine Devise, wie ich das sehe auf dem Finanzmarkt. Und das ist ja auch das, was das Traden eigentlich ist. Also du platzierst ja selten Swing-Trades, selten gehst du in irgendeiner Form so rein, dass du sagst, ja, ich platziere jetzt mal einen Trade und ich hoffe, dass der in 4, 5 Monaten aufgeht, weil der Ölpreis dann so und so. Sondern du sitzt ja eher da und sagst, alles klar, ich gucke auf meine Kerze, wie kann ich in 10 Sekunden jetzt mit einem Hebel von 100 aus 10.000, 100.000 Euro machen, weißt du so. Boom, fertig, mitgenommen. Aber dafür habe ich ja keine Zeit. Also muss das irgendwie so eine Mischung sein. Also etwas, was langfristig funktioniert, aber trotzdem auch zügig Profits bringt. Genau. Geil, auf jeden Fall. Also meine Sicht, da auch keine Ahnung, ob die Stimme ist. Nee, nee, also auf jeden Fall. Es verändert sich auf jeden Fall. Also Kryptowährung an sich ist halt auch nochmal so ein bisschen, ja, ich sage immer so Speed of Implementation. Es geht halt viel, viel schneller als damals. Damals so ein bisschen langweilige Aktien und Co. Oder auch der Forex-Markt an sich selber. Da konnte man ja auch nur mit viel mehr Geld halt auch arbeiten. In der heutigen Zeit geht es ja wirklich auch mit sehr, sehr wenig Geld. Also dass es überhaupt funktioniert in der heutigen Zeit. Also wir sind nur im 21. Jahrhundert, alles ist digital. Wir können das am Smartphone managen. Also du schaust ja auch auf deine Konten ganz normal auf dem Smartphone. Es ist ja auch wichtig, du gibst das Geld ja auch nicht aus der Hand. Es liegt ja letztendlich bei dir noch auf dem Broker. Sollte man ja vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass es ja auch klar ist. Also du könntest ja von heute auf morgen auch alles auszahlen. Ja, genau. Also alles, wo jetzt die Trades nicht offen sind, ne? Genau. Nicht, dass die Leute denken, dass wir Arteure sind und die scampen wollen. Oder dass wir jetzt Geld anlegen. Also du mal wenig gemacht hast, auf jeden Fall. Aber ja, also es geht mit wenig Zeit auf Waren auf jeden Fall, ne? Also du schaust einfach nur noch auf dein Portfolio, schaust es halt an. Gegebenenfalls machen wir mal einen Call, ne? Und um das vielleicht mal anzupassen, je nachdem wo auch die Bitcoin-Preise halt auch einfach sind, geht es rauf, geht es runter. Dass du einfach da nochmal so, ja, einfach mal up to date bist eigentlich, ne? Ja, mehr braucht es ja auch nicht. Also das ist ja, Menschen sitzen nahe und denken, mehr ist gleich mehr. Ich muss den ganzen Tag mich jetzt nur noch mit diesem Thema beschäftigen und alle müssen mich betüdeln. Aber das ist doch gar nicht der Wunsch dahinter. Also der Wunsch dahinter ist doch, dass ich frei bin, Freiheit habe. Und wenn ich dich selten höre oder selten mit dir in Kontakt bin, ist das ja eigentlich ein positives Zeichen. Heißt ja, die Strategie funktioniert und geht auf. Wer bin ich mir zu wünschen, dass ich jeden Tag mit dir oder jede Woche mit dir in Kontakt sein muss? Und, na, um irgendwelche Änderungen durchzuführen, das würde ja heißen, dass die Strategie nicht funktioniert, ne? Oder, dass die Strategie viel Aufwand bedarf, aber dann bin ich wieder nicht der richtige Kunde dafür. Das muss einfach simpel sein. Es darf nicht viel CPU hier oben brauchen. Und irgendwann, so wie jetzt, vor einem Jahr gucke ich drauf, also ein Jahr später und sage, boah, nice, das ist gestiegen, cool. So soll es sein. Und dann gucke ich wieder jetzt ein Jahr nicht drauf und fertig. Und hoffentlich brauche ich es auch nie, ne? Und hoffentlich irgendwann gucke ich drauf und es ist so viel. Da sind wir dann, oh, oh, ja, holt man sich einen Rolls-Royce raus oder so, das weiß ich nicht. Ja, das ist auch nicht verkehrt auf jeden Fall, ne? Du hast ja auch ein schickes Auto auf jeden Fall vor der Tür stehen. Ist ja auch ganz nett. Und, ja, das ist cool auf jeden Fall. Also, ja, genau, das ist ja auch wichtig, weil du hast ja letztendlich auch dein Hauptbusiness, ne? Das ist wichtig, ist immer bei Investments oder allgemein auch dem Trading. Es darf nie so diese Performance runterziehen, weil du hast ja einen aktiven Cashflow, bist ja selber Unternehmer. Das darf dich da halt auch nicht runterziehen letztendlich halt, ne? Also, deswegen ist es gerade dann halt auch wichtig, eine gesunde Strategie auch zu haben, die man nicht immer jeden Tag, jede Woche oder sonstiges halt auch anpasst. Sondern definitiv eine langfristige Strategie hat, aber jetzt nicht über 10, 20, 30 Jahre, sondern auch schnell auch mal was anpassen kann. Und da sind wir ja auch immer am Zahn der Zeit eigentlich letztendlich, ne? Gibt es denn sonst noch irgendwie, du hast auch gerade so immer so ein bisschen die Träume und die Probleme von den Menschen auch so ein bisschen auch angesprochen. Gab es da noch irgendwie was so, auch in deinem Familienkreis, die auch damals vielleicht auch zu dir auch gesagt haben, als du dich so ein bisschen auch selbstständig gemacht hast? Du bist ja wirklich in den extrem jungen Jahren, hast ja auch angefangen. Und ich habe damals auch schon gehört, oh, Nick Geringer und so, da dachte ich auch so, wow, krass, heftige Persönlichkeit auch. In super jungen Jahren hat auch angefangen. Gab es da auch so Familie, die dich eher so runtergezogen haben oder gesagt haben, hey, Nick, lern bitte einen Job und das ist so nichts Gesundes und damit kannst du auch kein Geld verdienen. Hast du da noch so nochmal ein paar Einblicke oder ein paar Hürden auch vielleicht noch gehabt? Ne, gar nicht. Also meine, das waren, wenn, dann waren das, also Freunde, aber Familie gar nicht. Also die Familie stand mir nicht im Weg. Die waren alle sehr supportive, sehr unterstützend. Klar, bestimmt auch mal skeptisch nachgefragt und sich auch mal Sorgen gemacht um einen, aber ansonsten keiner, der mir Steine in den Weg gelegt hat. Wie hat es sich denn trotzdem bei dir so angefühlt, die ersten Gewinne auch zu erzielen so mit den Strategien? Weil du hast ja auch davor so gesagt, du hast ja eher auch immer Verluste gemacht, jetzt gerade so nach einem Jahr. Haben wir auch Diversifikation einfach auf mehreren Tradern natürlich halt auch einmal verteilt, dass du ein anständiges Risikomanagement hast, ein anständiges Portfolio. Wie hat sich das aber trotzdem so für dich angefühlt, dass du trotzdem jetzt mal eine Strategie hast, die jetzt tatsächlich funktioniert? Ja, gut. Wirklich. Hat sich einfach schön angefühlt einfach und so dann da zu merken, wow, das geht auf, das funktioniert und gibt einem Sicherheit. Weißt du, man schläft einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, man vertraut da ein bisschen mehr rein. Und man ist auch dankbar dafür, dass man da was gefunden hat und dass man auch auf Menschen gestoßen ist, die einem, ja, nicht das Blaue vom Himmel erzählt haben, sondern gesagt haben, nee, das klappt schon so. Wir haben da unsere Due Diligence gemacht, du kannst uns da vertrauen, wenn du möchtest, probier es aus, das klappt und dann zu sagen, ja, geil, das hat ja wirklich geklappt. Das ist einfach schön, verstehst du? Also es hat nicht nur was mit Trading zu tun, es ist ja in vielen Sachen so, du hörst was, dann machst du es, dann ist es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast oder vielleicht nicht so, wie es dir erzählt wurde. Dann bist du ein bisschen ernüchtert und dann musst du ein bisschen mehr extra Arbeit reinstecken, vielleicht lässt du es dann auch fallen und deshalb ist das umso wertvoller. Es ist ja wirklich so simpel gewesen. Ich habe gekauft und dann habe ich gesagt, hey, ich weiß, ihr habt mich hier ein riesen Buffet gegeben, aber es muss schnell und einfach sein. Ich habe keine Zeit für nichts, ich möchte auch nichts investieren. Okay, Call gemacht, das Ding eingerichtet und danach haben wir uns einfach nur, wenn wir uns privat getroffen haben, kurz drauf geguckt. Hat es geklappt, hat es nicht geklappt, ja, sitzt alles, läuft immer noch alles, herzlich willkommen, deine Strategie rennt. Das war es. So, und dann eben hast du einmal eine Anpassung gemacht, weil du gesagt hast, hey, wir haben ein paar neue Trader und that's it. Also, aber ich sitze dann auch da und denke mir, also, warum soll es komplizierter sein? Warum soll es schwieriger sein? Das kann und darf doch so simpel sein heutzutage. Vielleicht wird es in Zukunft noch viel einfacher und simpler, ich weiß es nicht. Wir geben uns Mühe. Gab es denn noch irgendwelche, gab es, warst du irgendwie besorgt oder sonstiges, dass es nicht funktionieren könnte? Also, gab es das überhaupt bei dir oder gar nicht? Nein, also, ich habe nur mit Geld gearbeitet, beziehungsweise arbeite nur mit Geld, dass ich verschmerzen könnte. Ich habe natürlich lieber im Kopf zu wissen, geil, ich habe noch Summe X auf einem Konto, auf einem anderen Konto rumliegen. Da könnte ich darauf zugreifen, wenn ich will, als ich habe nur das Geld auf diesem einen Konto. Also, es fühlt sich ja cool aus, ich habe hier irgendwie Geld in Gold und ich habe Immobilien und ich habe Kryptowährungen und dann habe ich noch hier eine Firma und da. Sondern man fühlt sich ja dann so besser aufgestellt, als wenn man einfach nur ein Konto hat. Risikosplitting, gerade als Investor grundlegend, auch als Unternehmer ist es ja auch wichtig, nicht alles auf eine Karte zu setzen und sein Portfolio ein bisschen breiter zu streuen. Ja, auf jeden Fall. Das machst du gut, auf jeden Fall. Und so sitze ich dann da und denke, na cool, passt. Wenn es weg ist, dann ist es halt weg, aber es wäre nicht kriegsentscheidend. Und der Witz ist aber, jetzt kommt ja die Psychologie dazu. Ich weiß ja, was ich initial investiert habe. Jetzt sehe ich ja, was ich jetzt drauf habe. Das ist ja Geld, was vorher nicht da war, wenn das jetzt weg wäre. Also Geld, was ich ja nie realisiert habe auf meinem Konto, was sich ja einfach nur akkumuliert hat. Wenn das weg wäre, wieder beim Initialinvest, da sitze ich dann schon da und wäre so, boah, das wäre schade. Das wäre schade, das wäre doof, da sitzt du dann ein bisschen mehr wieder angespannt da. Aber bei diesem Initialinvest, was ich gemacht habe, das habe ich abgeschrieben an dem Tag, wo ich es eingezahlt habe. Und dann in die Hoffnung, dass daraus was wird, investiert. Das ist auch eine gute Summe geworden. Vor allem dann mit 100% Gewinn in diesem Zeitraum. Ja, das ist ja immer noch Geld. Man weiß ja trotzdem, du weißt ja selber, was du für Ausgaben hast, was du dann davon kaufen könntest. Das verbindet man ja immer letztendlich halt auch nochmal so mit Geld. Gibt es da vielleicht sogar noch so einen kleinen Tipp oder Trick, den du eigentlich so vielleicht da draußen noch dem einen oder anderen auch mitgeben würdest du? Also diese Beziehung zu Geld, das ist ja auch nochmal sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, also zwei Sachen, die ich gemacht habe. Eine war 2017, da war ich auf dem Seminar Durchbruch zum finanziellen Erfolg, Jürgen Höller, Bodo Schäfer. Und da hat Bodo Schäfer erzählt, dass er 5 Euro Scheine spart und also immer zur Seite legt, mantra-mäßig. Und seitdem mache ich das. Zweimal hat es mir massivst geholfen, dass ich so eine Sparbüchse mit 5 Euro Scheinen hatte. In bar einfach, das war einfach gut. Und jetzt ist schon echt eine lange Zeit, wo ich das mache und nicht rangegangen bin. Und das ist so ein geiles Mantra, irgendwie immer, wenn ich einen Fünfer sehe, freue ich mich. Ey, ich freue mich so sehr, diesen Fünfer zu nehmen und ihn da reinzustecken einfach, weißt du? Weil das ist so, normal zerrinnt das Geld ja in deinen Händen. Es geht rein, es geht raus, es geht rein, es geht raus. Auf deinem Konto merkst du es ja nicht mal. Aber wenn ich diese haptischen 5 Euro Scheine habe, ich habe gesagt, irgendwann mache ich das mit 50 Euro Scheinen. 500 wurden ja verwohlen, aber irgendwann fange ich an, mit 50ern das zu machen. Aber so häufig hast du halt, also ich habe häufiger Fünfer jetzt, sage ich mal, einfach als 50er Scheine bei mir. Dann nehme ich sie raus, zack, zack, zack rein. Mega geil, ist echt gut fürs Mindset auch. Und die zweite Sache ist, ich habe nie Geld zur Seite gelegt. Ich habe einfach immer gedacht, ich muss mehr verdienen, dann wird schon mehr hängen bleiben. Und das habe ich dann vor vier Jahren 2020 geändert, exakt vor vier Jahren, am Anfang des Jahres, als ich mir einen Gold-Sparplan angelegt habe. Also eigentlich mit das Langweiligste überhaupt. Aber ich habe irgendwie gedacht, Gold ist cool, Gold hat Macht, Gold kann steigen. Inflationssicher, was auch immer. Und es ist kein Sparbuch, was sich direkt abheben kann. Weil ich hatte vorher Sparbücher, die habe ich geplündert, wenn ich es gebraucht habe. Und so investiere ich einfach immer in einem Dauerauftrag in Gold und kann es dann wiederholen, wenn ich es brauche. Sag ich mal, aber dann halt in Gold müsste das dann natürlich wieder zu einem Schmied geben. Aber so sitze ich da und bin so, geil, ich habe Gold. Und es läuft durch. Ich habe es noch kein einziges Mal in den letzten vier Jahren unterbrochen, diesen Dauerauftrag. Ich habe ihn eher aufgestockt. Also jetzt für die jüngeren Leute einfach in dem Sinne, die sagen, ja, ich muss einfach nur mehr verdienen. So habe ich auch gedacht. Irgendwann gemerkt, du musst dir Mechanismen einsetzen, die das von dem, wo du was verdienst, was rausnehmen, dass du es gar nicht erst mitbekommst, dass da was zur Seite liegt oder akkumuliert werden kann. Und so ist das halt bei mir. Ich habe mein 5-Euro-Schwein, ich habe meinen Gold-Sparplan und ich habe halt meinen Krypto-Sparplan. Also zu dem Investment, was ich mache, spare ich halt generell noch im BTC ein und kann ja jederzeit immer davon auch was nehmen und wieder in den Trader reintun, wenn ich das möchte. Und das ist so zumindest dann, das passiert einfach, ich klicke das gar nicht mit, ich denke nicht darüber nach. In dem einen Moment denke ich so, ah, das bringt doch gar nichts. Und dann sechs Monate später denkst du so, wow, klasse, ich habe schon sechs Monate eingezahlt. Wow, was ist da aus geworden? Und da war das, diesen Effekt, der kommt halt erst mit der Zeit. Also wenn du überlegst, ich bin jetzt 26, ist ja klar, dass ich das mit 18 nicht gerafft habe oder mit 20 nicht gecheckt habe. So, dass das ein bisschen Zeit braucht, bis man das mal dann rafft, ah, was passiert. Aber besser früher als später so. Ich meine, 26 ist halt immer noch ein Blutjungen. Besser irgendwann als gar nicht, weißt du so. Also die besten Jahre hat eigentlich jeder noch vor sich, so aus meiner Sicht. Das sind aber auch richtig geile Tipps auf jeden Fall. Weil fünf Euro, so das Fünf-Euro-Schwein, das kann ja wirklich eigentlich jeder auch machen. Und das mit dem Gold-Sparplan ist auch ziemlich cool, weil das so letztendlich so diese Hürde, so sich selber halt nochmal so eine, ja so sein eigener Tyrann, sich selber so eine Mauer bauen, dass du nicht sofort rangehen kannst und das halt direkt sellen kannst. Dir davon irgendwie, ja die meisten haben natürlich irgendwie Konsum dir nochmal aneignet, sondern dass du dir Sicherheiten aufbaust, dass du dir da so ein breites Portfolio aufbaust. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Mega geile Tipps auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder andere das auf jeden Fall auch mitnehmen kann. Ich würde jetzt so ein bisschen zum Ende halt auch so ein bisschen kommen. Gibt es denn, also gibt es da, also gibt es doch etwas bei dir, was du da draußen noch denjenigen auch mitgeben würdest oder empfehlen könntest? Ja, weil der eine denkt vielleicht so, ja, ich habe vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeiten, auch mit dem Nick. Aber hey, ich dachte immer so, es braucht viel Zeit, ich brauche viel Geld, um damit auch erstmal überhaupt anzufangen. Gibt es dann auch so ein paar, ja eine klassische Empfehlung einfach von der Seite. Also ich glaube, das Leben, also das Leben beginnt nochmal ganz andere Seiten zu zeigen, ab dem Punkt, wo man Eigenverantwortung zeigt und übernimmt, wo man in die Rolle des Bestimmers und des Ermächtigten kommt und nicht in der Rolle des Opfers und das über den bestimmt wird und indem man die Verantwortung immer abgibt. Weil da kann sich das Leben dann einfach positiv verändern. Und egal, welche Entscheidung man trifft, ob man nachher die Entscheidung trifft, ein Business aufzubauen, seinen Job zu kündigen, im Job zu bleiben, nebenbei ein Business zu bauen, zu investieren oder, oder. Du bist immer bereit, mit allen Risiken, mit allen Konsequenzen umgehen zu können und das ist, glaube ich, so ganz wichtig fürs Trading nachher. Also das ist für mich der direkteste Weg, wo du, weil du, wenn du jeden Tag mit deiner Zeit handelst, Zeit gegen Geld, Zeit gegen Geld, das machen wir ja alle, jedes Mal. Also auch wir, die unser Geld auch verdienen, wenn wir keine Zeit investieren, haben wir ja irgendwann Zeit investiert oder investieren Zeit, um es am Laufen zu halten. Also jeder, der sagt, ja, so und so, das sind so ganz wenig Menschen, die ich kenne, die wirklich nichts mehr machen müssen und Geld verdienen. Aber sie mussten trotzdem. Wir sind ja noch da drin. Das heißt, du bist bereit, Zeit zu opfern. Aber jetzt, wenn du Trader bist und du hast jetzt Geld da, egal, ob es 10 Euro oder 10.000 Euro sind, und du musst jetzt diese Entscheidung treffen, investiere ich die in diese eine Entscheidung, die ich hier gerade mache, geht's hoch, geht's runter, wo setze ich den Stop-Loss, wo setze ich den Take-Profit, wie viele Pips habe ich von A nach B, was kann daraus werden, dann draufzudrücken und dann dieser emotionale Rush, wenn du das dann siehst, geht's hoch, geht's runter, in welche Richtung geht das, was passiert da, und dann Take-Profit, Stop-Loss, also mit dieser Enttäuschung, aber auch mit dieser Euphorie, wenn es dann aufgeht, umzugehen. Das ist der krasseste Thrill, den du einfach durchleben kannst. Wirklich so. Und das ist aber auch das perfekte Beispiel, nachher, wenn du damit umgehen kannst, kannst du perfekt danach den Trade verstehen, den du jeden Tag mit deiner Zeit machst. Weil den mit deiner Zeit verstehst du nicht, weil die Leute sehen ja nur, was sie nicht machen können, weil ihnen Zeit fehlt. Sie checken aber nicht, also damit ist kein Schmerz verbunden, aber Geld zu investieren und Geld zu verlieren oder Geld zu investieren und mehr Geld rauszukriegen, damit ist direkt Freude und Schmerz verbunden. Aber wenn du da so hautnah dran bist, dann kriegst du auch erst so richtig die Wertschätzung auch so ein bisschen für deine Zeit und wie viel ist denn eigentlich eine Stunde und 10 Minuten und 15 Minuten, was ist das eigentlich wert? Und kann ich es mir leisten, das jetzt zu machen oder das nicht zu machen? Das kriegt, ich finde, und dann in diese Verantwortung zu gehen, dann kriegt das Leben nochmal ein paar neue Perspektiven. Aber das ist jetzt nur bildlich gesprochen. Ja, ich konnte dir sehr gut folgen auf jeden Fall. Ich denke mal auch da draußen auch jeder Einzelne. Das ist mega cool auf jeden Fall. Ich könnte Stunden, also ich könnte wirklich richtig viel auch nicht noch ausfragen wollen, das ist mega. Auch coole Vergleiche einfach. Also man kann wirklich bildlich sehr, sehr, sehr gut auch folgen. Auch richtig, richtig coole Tipps auf jeden Fall. Und also letztendlich, man muss eigentlich Geld investieren, um eigentlich auch zu leben. So, ne? Um einfach auch mal Schmerz zu spüren, aber halt auch Freude zu bekommen. Ja, das ist einfach mal ein, ja, einen richtigen Schritt, ja, ein bisschen über den Tellerrand einfach auch zu blicken. Ich meine, du machst das ja auch schon ein bisschen länger, ein paar Jährchen. und ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. Hat mich, ja, auf jeden Fall auch sehr, sehr gefreut, dass du jetzt da bist, weil ich glaube, es geht ja auch gleich bei dir halt auch weiter. Ja, richtig. Ja, wir müssen uns sputen auf jeden Fall. Genau, wir müssen uns sputen auf jeden Fall. Ja, cool auf jeden Fall. Also, vielleicht machen wir nochmal irgendwann ein Interview. Das würde mich auf jeden Fall auch persönlich sehr freuen. Können wir voll lange auch noch, ja, ich glaube, durcheskalieren. Das sind coole Tipps auf jeden Fall gewesen für den einen oder anderen, für den einen oder anderen Trader auch da draußen oder beziehungsweise auch für den Investor, der auch den ersten Schritt gehen möchte. Also, wirklich für beide Facetten hast du sehr, sehr cool auch erklärt, muss ich auch sagen. Mega auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und, ähm, hast du noch ein paar letzte Worte, Abschlussworte eventuell? Was haben wir, was haben wir gesagt? Ähm, get rich or die trying DMT, ja. Achso, auf jeden Fall DMT-Strategie ausprobieren. Also, ihr habt das ja immer weiter ausgebaut, die Strategie, ne, und, ähm, ich finde, jeder, der ein bisschen Geld beiseite hat, sollte das mal auschecken. Also, echt smooth, auch wenn man keine Ahnung hat, egal ob man viel Geld oder wenig Geld hat, man sollte auf jeden Fall mal sich angucken, was ihr euch da ausgedacht habt. Ja, das, ähm, ist auf jeden Fall hilfreich. Ja, okay, vielen Dank. Ja, und wenn du das Ganze auch einmal ausprobieren möchtest, dann trage dich ganz gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch unter diesem Video hier einmal halt auch ein unter www.floran-sondershausen.de und dann, ja, freuen wir uns auch von dir in den nächsten Stunden oder Tagen auch einmal zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank.